Die Aufgabe 2.3 lassen wir wie gesagt weg, aber bei der Aufgabe 2.4 geht es jetzt um die Einnahmen dieser Firma. Und Sie finden hier im Text, dass für jeden zurückgegebenen Ball die Firma einen Verlust von 30 Cent erleidet und für jeden nicht zurückgegebenen Ball gewinnt sie 80 Cent. Und Sie sollen jetzt eine Gleichung der Funktion, die die Einnahmen der Firma unter Berücksichtigung aller verkauften und reklamierten Bälle bei einer Lieferung von 1000 Bällen in Abhängigkeit von der Anzahl der reklamierten Bälle beschreibt. Also machen wir irgendwie eine Variable hier x als die Anzahl der reklamierten Bälle. Und ja, welche Einnahmen kann ich jetzt hier bekommen? Da habe ich jetzt also 1000 Bälle insgesamt, von denen ich aber x Stück reklamiere. Dann weiß ich, wie viel ich noch behalte und für die verdiene ich ja immer gerade 80 Cent. Also 1000 minus x ist die Anzahl der Bälle, die nicht reklamiert werden. Und damit verdiene ich eben diese 80 Cent, also mal 0,8. Und davon muss ich aber den Verlust abziehen, nämlich die Anzahl der reklamierten Bälle mal 0,30. Die Gleichung kann man noch ein bisschen schöner schreiben. 1000 mal 0,8 sind 800 minus 0,8 x minus 0,3 x. Dann habe ich hier also 800 minus 1,1 x. Das wäre die Gleichung, mit der wir hier weiterrechnen dürfen. Und wir sollen jetzt die Wahrscheinlichkeit berechnen, mit der die Firma bei einer Lieferung von 1000 Bällen ein Gesamtgewinn von mindestens 750 Euro erzielt. Also diese Einnahmen hier sollen jetzt eben größer sein als 750. Also 800 minus 1,1 x ist größer als 750. Ja, das lösen wir auch nach x auf. Also minus 1,1 x ist größer als minus 50. Und x ist damit kleiner, weil jetzt teile ich ja hier durch minus 1,1, durch was Negatives. Also 50 durch 1,1 sind 45,45. Also x muss kleiner sein als 45,45. Also die Anzahl der reklamierten Bälle muss kleiner sein als 45. Also maximal 45 Bälle dürfen zurückgegeben werden. Nun sollen wir die Wahrscheinlichkeit, mit der die Firma eben diesen Gewinn macht, berechnen. Also wie wahrscheinlich ist es, dass 45 Bälle höchstens zurückgegeben werden. Also brauche ich die Wahrscheinlichkeit davon, dass x kleiner oder gleich, 45 sind ja noch okay, kleiner oder gleich 45 ist. Nun, das können wir mit dem Taschenrechner ausrechnen. Das ist wieder eine kumulierte Wahrscheinlichkeit. Also CDF bitte auswählen. Und wir haben jetzt ein N von 1000, ein P von 0,05. Vielleicht nochmal kurz, wo kommen jetzt die 0,05 her? Wenn Sie hier im Text schauen, steht ganz zu Anfang, dass im Durchschnitt halt 5% der ausgelieferten Bälle bemängelt werden, also zurückgegeben werden. Daher kommt die 0,05. Und x ist 45. Und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Das sind 26,1. Also 0,2609, also eine Wahrscheinlichkeit von 26,1%. Also mit einer Wahrscheinlichkeit von 26,1% macht die Firma einen Gesamtgewinn von mindestens 750 Euro.